Hallo meine lieben leute, hier zurück zu Captive Minecraft 2 Pisser So Philippisch gewalttätig, Philippisch gewalttätig Wie gut hast du? Mama, Hilfe Ja ist ja gut jetzt Wir bauen uns einfach weiter runter, würde ich jetzt mal fragen Oh fuck, oh fuck, oh fuck, jetzt sterb ich 2 Und 3, ja läuft So, ups, da haben wir jetzt den ganzen Stack 3 3 Jetzt So, mach ich mir nämlich schnell eine Spitzhacke Ich stehe noch ganz unten, hab mein Inventar voll Wir müssen jetzt den Erfolg machen, gell? Welchen Erfolg? Den Bogenschießer voll Achso, dann mach den mal, ich baue mich weiter runter Ich hab eh nix im Inventar Ähm Ding Also wie zu spawnen die Kackviecher draußen Weiß ich nicht, es stirbt doch So Oh Hier ist aber ein paar Viecher, hä? Wo geht's denn da weiter runter? Was? Bist du abgestürzt? Ja, ich hab's doch über Ich glaub ich doch rennen, Heifele Wo geht's da runter? Auch da Oh, da bin ich aber nicht runter Ähm, auf jeden Fall haben wir gestern versucht aufzunehmen Und es ging einfach gar nicht Weil irgendwas mit meinem Raumatschinen nicht stimmen kann Ja, Philipp Scheiße Oh, Hals, Hals, Maul Nein! Du bist so richtig dumm Oh man Und ich weiß nicht, warum Minecraft immer so Fuck, was ist hier los? Was denn? Haben wir eigentlich mal irgendwann Wasser gefunden? Oder ein Seed oder so irgendwas? Ne, Wasser, Seed haben wir aber, aber Wasser dann Ne, Wasser ist nicht so viel, wir haben keinen Sender Kein was? Auch Wir haben auch keine Erde Wir brauchen trotzdem, äh, Wasser Alter WTF WTF Wieso kann ich da nix hin platzieren? Weiß ich nicht Was echt? WTF Scheiße bist du Scheiße Jetzt bin ich gleich tot Jetzt bin ich gleich tot Was machst du müde? Oh, Kacke Alter Ja, Philipp, mach die mal Oh, Scheiße Das ist ein komisches Stingshot benutzen Fuck Philipp, Philipp Ja, geh doch mal weg Oh Ja, weil ich renne da einfach mehr Mittel in den Weg rein Ja, komm einfach runter, hier liegt alles noch da Ey, Philipp, du hast mich erschlagen Ja, wenn du mehr Mittel in den Weg rein rennst Direkt am Skelett Dann bist du selber schuld Philipp, du hast mich erschlagen Ich hab doch da nicht drauf geachtet Das ist jetzt dein verkackter Ernst Ja Ich bin auch tot Ich bin auch tot Ich bin auch tot Philipp, Philipp wirst du dich verarschen? Ne, noch nicht Wo geht's überhaupt nach unten, Mann? Ich weiß nicht, wann bloß es nach unten geht Deswegen springe ich die ganze Zeit nach unten Weil ich ja auch nicht weiß Ich hab nix zu essen, nimm bitte was zu essen mit runter Sonst bin ich mich tot Ich hab auch nix zu essen Ich hab auch nix zu essen Ich hab auch nix zu essen Bring mir was zu essen Wir müssen da erstmal zu bauen Jetzt bring mir doch mal lieber was zu essen Dann kann ich auch helfen Wollt ihr jedes verkackte? Ja, ich hab doch selbst nix zum Essen Wir haben nix zu essen Ja, dann bring mir einfach was Scheiße, ich bin jetzt vorne reingefallen Mit nem halbem Herz Dann bist du tot Oh, Paul Paul, geh da nicht raus Wenn du da raus gehst, dann bist du tot Ich warte so lang hier, bis ich irgendwie Essen bekomme Paul, hast du ne Fackel? Nein, ich hab gar nix Das ist ja krass Ich hab auch keine Fackel und ich brauch immer noch was zu essen Ich finde, es funktioniert aber nicht Warum? Ihr könnt auch hochlaufen und du der scheiß Pilskuhl mit Pilzsuchen holst Mach auf Mach doch auf Wieviel brauchst du denn zu essen genau? Ich brauch, äh Ich hab ein Herz und brauch noch vier Essen Vier Keulen Wow, was machst du da auf? Achso Ich brauch immer noch Essen, sonst bin ich vergiftet Jawohl Ah ne, Hunger Ich bin nach vier Gebraten, Schweinefleisch auch Wohin wir Schweinefleisch, ja? Wohin wir auch schlecht in Natur So Philipp Ich hab alle gekillt, jetzt geh da raus Und geh selbst nach oben Ne, Paul, komm noch mit Essen Bringt auch noch gar nix, wenn ich hier unten stehe Uah Da ist ein Skelett Ich hab doch nur noch ein Herz Verdammt nochmal Renn doch jetzt weg Ne, ich glaub jetzt hier, bis Paul kommt Ja, ich brauch aber noch mehr Alter, Philipp, du Penner Was soll ich denn machen? Ja, einfach hochlaufen Ja, einfach hochlaufen Ja, einfach hochlaufen Wenn hier über ein Skelette rumrennen Oh mein Gott Hier laufen keine Skelette rum Ich lauf schon auch grad hoch Mit nur zweieinhalb Herzen Jetzt kein Halb Ich bin ja schon von euch eh Ich hab oben den Weg abgesichert Aber irgendein Mongo LOL Alter, fuck Das ist ein Skelett mit einem versauberten Bogen Oh, ich hab noch ne halbes Herz Ich bin jetzt schon Irgendein Mongo hat irgendwas gut umgebaut Paul, 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 Paul Das ist Absicht gewesen, dass man da runter schießen kann Scheiße! Nein! Lol Wie ich die noch sehe, werden wir frei fließen Der hat einen verzauberten Bogen Das Skelett Alter, wir wieder zu inkompetent sind für alles Wo ist Paul? Paul, wo bist du? Ich muss grads Leben regenerieren Ich bin auf der runtergefallen Sneaken, wenn du runter Sneaken, wenn du runter An die Wand springen und sneaken Na, nun bleibst du mich genau da stehen Ja, Paul, dann bleibst du in den Löchern stehen Auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal aufnehmen gestern Ich hab ein mega Problem gehabt mit meinem Hamachi und deswegen Willi, wo mischen du? So, und ich muss erstmal regenerieren Sonst mach ich mich gar nichts Paul, ich bräuchte dich hier Ich hab nix zum Schlagen, ist das Problem Ja, dann komm halt her Ich hab was zum Schlagen War, ich hab n Bogen Heut, 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 heut Heut, 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 heut Heut, heut Das kann ich auch nicht auch funktionieren Paul, wenn du nicht die Beile für dich verwenden Hoop ist irgendwie kaputt oder so Ja, fällt maß, ich bin auch irgendwo Ja, komm, ich bin das zum Schlagen Thomas, das reicht für seinem Herzen So, weil, ich will mich irgendwo weiter runter bauen So, Paul, du renn einfach rein Paul, ich baue ab Du rennst jetzt rein Sammelst die Sachen ein Dann rennst wieder raus, los Sammelst die Sachen ein Alle Sachen, renn wieder raus So, und ich baue mich jetzt hier rum Was? Ich gebe dir mal einen Bogen mit 51 Beinen Ich baue mal alle bögen Ich habe so viel Scheiße in meinem Inventar Wasser, Wasser, Wasser Alter, Philipp, hab mal im Maul jetzt Wasser Ja, es bringt uns Wasser Dann will man Erde finden irgendwo Ja, dann Ey, soll ich das zubauen? Nein Philipp, äh, mach das Ich bin doch gerade auf dem Weg nach oben Äh, da Okay, ich laufe jetzt nach oben Und Paul, du sagst mir nochmal, auf welcher Höhe Die ganzen Viecher sind, gell? Hier geht's hoch, ja Ja, Paul Ja Uh, Skelett Mitverzauberten Bogen, du laufst bei mir Hab's Hab ich den Bogen bekommen? Ich hab' geheadet Ja, es steht noch 138 Geh mal weg, geh mal weg Du doch 138, Mathis 138 Oh fuck, oh fuck Oh fuck, zombie Mach mal 139, also muss schon 189 sein Oder 190 189 oder höher, gell? Ja, mach 190 am besten Ich schieche an den Kauf und dann sind's, ja Ja, ich bau jetzt aber eh erst Ich hab nur noch eineinhalb Herzen Noch ein Zombie Und ich bin weg von hier Ich so geil, was? Ja, deswegen lauf ich jetzt mal Oh fuck Jetzt wär' da fast runtergefallen Alter, aber so knapp Komm, jetzt schieß die Monsters ab Äh, unser Teil ist voll Ja, wo ist das Eisen? Mal da Alter, wir haben 43 Eisen oder so Junge, unser Teil ist immer noch faul Da sind auch meistens Viecher drin Ja, ich soll du mal weißt, dass ich das anfangen selber abzuschließen Was kann man davon Ne, da kann man wegschmeißen Äh, hat jemand einen Schalen? Ich hab, kann Das sind Schalen Okay, zwei Ich hab, ja, ich hab noch Ich hab drei Schalen Ich hab jetzt zwei mir geholt Haben wir noch irgendwie eine Möglichkeit Ah, das sind doch Kisten Wieso bauen wir keine Kisten? Wieso haben wir nur noch Ah, wir haben nur noch eine Kuh Hä, was hab ich jetzt gemacht? Oh, Minecraft wieder minimiert Okay, dann gibt's kurz einen Cut Oh, Gott, so ein Scheißdreck Du bist auch so schlau Nee, das passiert automatisch Wenn ich Nee, das ist, wenn Ich hab doch auf der Maus Hab ich doch diese Tastenbelegung Und da gibt's Oft das Problem Das ist alles toll mit Monstern Ja, dann passt's Mach ich dann sofort So, jetzt Jetzt mach ich's Brauen brauch ich Komm ich Brauch ich nicht Auf welche Höhe? Ich nehme ich auch nicht mit 190 oder höher Das ist meine Höhe Brauch ich nicht So 190 Hier Skeletters sind drin Bleh 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 192 Dann passt die Höhe Jetzt bin ich nämlich Auf 192 Baut das jetzt doch weg Was soll ich wegbauen? Wie kriegt man noch mal Wie kriegt man noch mal Ne grüne Farbe? Kaktus, gell? Hä, was soll ich denn wegbauen? Baut das einfach weg, die beiden Obwohl du draufstehst Wieso denn? Weil ich Weil ich sonst die nicht genau treffen kann Das dürfte eigentlich gar nicht sein Doch, das sind Das sind 4x4 Feld Bei mir nicht Doch, da ist Ja, Paul, von dir aus Nein, Paul Ist es nicht Philipp, guck du mal runter Da, wo der Paul draufsteht Sein 4x4 Feld Warte, warte Warte, ich komme jetzt An die Ecke Da, wo der Paul steht Da, das müsst ihr abbauen Ja, das musst du abbauen, Paul Du hattest 4x4 Guck mal nach oben, Paul Dann siehst du, dass die Mauer Genau Hat nichts gebraucht Äh, nein Doch Doch, du musst das auch noch abbauen Vor dir Nein, da ist ein 4x4 Feld Da unten Das, ey, guck doch mal nach oben Du dumm Kopf Guck einfach mal nach oben Ich hab dir jetzt noch Siehst du das Das 4x4 Feld ist woanders Lol, wie sagt ihr Das 4x4 Feld nach oben anders Wait, jetzt hat das gemerkt Weil mir das zugebaut haben Weil so viele Viecher da waren Ja, ich hab bloß verweist Nicht genügend Kopf, sondern Um das untenrum zuzubauen Ich hab 7 dabei Ich kann auch noch holen Warte, ich baue ab Ja, ich baue ab Oh Mann Ups, wo bin ich jetzt hin? Bin ich falsch Äh, raff ich nicht Achso, haben wir da Hä? Ernsthaft? Wir haben es anders zugebaut Ja, ernsthaft Mach uns hier, war dumm Ne, dann haben wir es aber irgendwie zugebaut Weil wir, weil zu viele Viecher kamen Oder so Oh, oh Der Block Noch mal Wasser Wir können ja unten die Verlemmung Ja, Junge Oh, Matt Was? Da gibt es wahrscheinlich tonnenweiße Wasser Hallo Mach doch jetzt mal Machst du mal hin, ey Ja, tut mir leid, Mathis Muss ich einen töten? Ja Hä? Ja, einen muss töten Hab ich Von hier oben Gerade eben habe ich ein Tier getötet Hä? Das ist jetzt bitte schön der kacke Erfolg Töte ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern Mehr als 50, also nicht 50 Ja Ich bin auf Höhe 192 Okay Oh, nochmal Noch gerne Das heißt, dass die auf Höhe Wie viel sein müssen? Oh, dann schon gefunden 140 und ich bin auf Höhe 139, 140 Sind sie wirklich? Ich habe einen Kettenhead mit Dornen, ich habe Goldnuggets gefunden und Schleimball und Kekse Ja, kann schießen Ja, Pallo muss da weggucken Ja, Pallo muss da weggucken Ja, ich will tatsächlich nicht so rein, weil ich nicht weiß, wie es aussieht Noch eins tot Da hinten runter Zack Noch eins Noch eins tot Noch eins tot Noch eins tot Bien Schnell den Weg runter bauen Keine Ahnung Schnell den Weg Sop Hier aufbauen Da wegbauen Äh, Fälle, das funktioniert nicht Weiß ich nicht. Kann ich nichts dazu. Keine Ahnung. Schießt auch, Alter, dass du die Pfeile nur fallen. Ich schieß. Ich schwann. Blöd. Okay. Hat jemand ein bisschen Kohle da? Oh ne, bringt mir nichts. Ich hab zwei Kohle. Ja, ich hab kein Holz dabei. Leuchtet dein Mann. Oh, das war ich. Warte, mach da zu, mach da einfach zu, mach da einfach zu. Geh weg. Da sind wir einen Haufen Viecher. Hier. Ich hab jetzt ein Wasser mitgenommen. Dann bring ich das mal hoch. So geht's hier hoch. So schön. Äh. Wo geht's raus? Ah, hier. Ach, Mann. Ich hasse das, Minecraft ohne die... Wir können jetzt einen Fisch machen. Wir können doch jetzt Fisch fangen, weil wir Wasser haben. Ja, sich, aber nein. Man regt sich über Fisch, äh, über Wasser auf. Wo ist sie ganz kurz weg? Also das können wir, können jetzt den Fisch fangen machen. Wer, wer angelt? Das mach ich jetzt auch. Ich mach. Also funktioniert das nicht. Äh. Nein, weil's geleckt hat. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, weil... Alter, warum lag Minecraft so kacke, wenn kein Optifine drauf ist. Kann man hier mal die Sachen unten einsammeln? Kann man hier mal die Sachen unten einsammeln? Ja. Wasser haben sie noch rausgedroppt. Okay, ist der Wasser einmal rausgedroppt? Nö. Funktioniert halt einfach nicht. Guck mal, wo ich stehe und runter schieß. Hör mal auf runter zu schießen, Mathis. Warte, ich komm runter. Ne, stell ne Fackel unten rein, das kann ich die Viecher spawnen. Ach Gott, lag, das ist ja nicht mehr normal. Ui, jetzt seht ihr mal so richtig schön, was Minecraft ohne Optifine ist. Nämlich nur scheißen. Ach, hier. Fall. Jawoll, bin draußen. So. Okay, ich komm. Hast du alle Sachen? Ja. Warte, schüss. Komm, einfach kurz hier hoch. So, ihr macht jetzt Fischfang und... Ja, ne, ne, Paul muss mir erstmal Wasser immer geben. Und ein paar andere Sachen. Ich soll was machen, lol. Warte, komm mal, warte, ich werf's da runter. Ich soll was machen, wenn's nicht funktioniert. Ich kann mich da nicht hochstacken. Warum was funktioniert nicht? Der Erfolg funktioniert nicht, das heißt, dass wir jetzt irgendwie nicht... Das werden wir jetzt gleich sehen, was nicht funktioniert. Hä? Die Kekse liegt doch nicht. Das werden wir doch jetzt gleich sehen, lass die Sachen bei dir. Hey, ich hab's noch die ganze Zeit anhin, was machst du denn? Lass die Sachen bei dir, ich nehm bloß Wasser mit. Laberstein, Bullshit. Wenn der Erfolg nicht funktioniert, heißt das nicht alle gehen. Es kann einfach sein, dass wir da irgendwas falsch machen bei dem Erfolg. Der fehlt jetzt, der fang jetzt an zu angeln, weißt? Dann hol da einen Fisch, den fang mal einen Fisch, den braten da und fertig. Und dann haben wir ein Monument. Genau. Ne, dann haben wir einen Kekse. Ein Erfolg. Dann haben wir aber auch die nächste Monument. Das heißt, die World Border wird größer. Dann haben wir auch wieder das. Dann kommen wir auf die Leiter. Wenn die Leiter fangen... Wo haben wir nächste Farbe? Gut, gelb. Und die kriegen wir dann. Ja. Ich hab gelb nicht gesehen. Auf dem Weg, nirgends. Hä? Deshalb. In dem Monumentraum ist es doch, du Honk. Achso, das hab ich nicht geguckt. Denk ich, ich guck danach. Weiß man halt. Weil ich schon die ganze Zeit gesagt haben. Ne, weiß man nicht. Wann, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen, hm? Ja, wir haben es schon die ganze Zeit gesagt. Halt so. Halt so, Pech. Oh, ich hab das Wasser vergessen. Wir haben doch halt schon genügend Zeit, oder? Eine Folge haben wir doch jetzt schon. Äh, ja, aber ist mir jetzt egal. Ich mach jetzt den Erfolg. Wieviel Ding haben wir? Ähm, ich brauch zweimal das. Haben wir noch einen Stick irgendwo? Wollen wir uns vielleicht langsam auch Eisenrüstung machen? Ne, würd ich nicht machen. Doch, wenigstens. Find ich noch unnötig, find's noch unnötig. Wir haben halt 43 Eisenerz. Ist halt so. Ja, ich find's aber noch unnötig. Wir brauchen doch keine Rüstung. Nö, gar net. Bei den ganzen Kriechern brauchen wir halt echt gar keine Viecher. Ja, klar. Okay, überhaupt net. Also, ich find, wir brauchen keine Rüstung. Paul, hast du gar Rüstung. Ich will, dann brauch ich auch eine. Ja, eben. Ich hab die Chen-Rüstung von Philipp, die ich da gefunden hat, genommen. Dann will ich auch ne Rüstung. So, wir haben hier nochmal 19 Eisenbachern. Okay, dann mach ich mir auf jeden Fall ne Rüstung. Kann es sein, dass es zu klein ist, das Becken? Paul, was machen wir uns alles für Rüstungen? Ja, geh doch einfach runter, wie zum Angestoch. Hier oben ist so ein Vollspaß. Hä? Du bist zufried. Hä? Wo soll ich denn schon schon angeln? Unten in deinem... Warum macht ihr das Wasser weg seine Behinderte? 4x4 Becken. Ja, dann such du mal noch ein Wasser. Such mal noch ein Wasser. Äh, der unten ist noch ein 4x4. Deine unendliche Quelle. Das ist da gewesen. Ich hab's nämlich nicht mehr hingemacht. Oh man. Ich hab da ein Wasser rausgenommen. Ah ja. Also ich stelle immer noch eine 4x4 Quelle. Ist ja auch unendlich. Nein, ist's net. Wieso ist's nicht mehr unendlich? Hä? Weil ich's doch vorhin zerstört hab. Oder geht's wieder? Nein, ich stelle zerstört. Kannst du zerstört haben. Paul, was sollen wir uns jetzt alles für Rüstungen machen? Als ich kam eben unten, war die noch... Ja, okay. Dann ist's gut. Aber was sollen wir uns jetzt alles für Rüstungen machen? Aber was sollen wir uns jetzt für noch was machen? Ja, das war unabhängig. Aber ich hab's verstanden. Ich hab grad selber einen Fehler gehabt. Ist doch gut jetzt. Einfach einen Hahn. Aber ähm. Dann hören wir jetzt ab jetzt auf. Weil jetzt sind wir schon 18 Minuten rum. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.